Blut! Ist hier überall Blut! BAM! Headshot in euer Knie, Alter! Ey! Hallo, wieso bist du so schnell, Alter? Marathon gewonnen, oder was? Aha, viel zu viel Munition, ey! Äh, nein, das war... Okay, ja, ja, bei mir... Bei der SNW2 war das nämlich anders. Bei der SNW2 musste man ganz... Ticken. Musste man ganz unten kombinieren, glaub ich. Haha, ihr seid alle tot und ich bin am Leben. Das heißt, ich bin gut. Park. Guckt, habt ihr gesehen? Die schießen ihre ganzen... Ähm... Was ist das für ein Kisten da? Kannst du das abschießen? Ich hab getroffen. Lol. Ich will das abschießen, was ist das? Ah! Was zur Hölle? Verfickt, ey. Haha, du brennst. Ähm, was soll ich schon mal sagen? Ich hab's vergessen. Ah! Genau. Ja, ein kaputtes Auto. Von blockiertem Weg. Ah! Äh, ich sag jetzt mal, was ich sagen wollte. Ähm... Die Leute, die schießen ihr ganzes Magazin auf dieses komische... Ähm... Dieses komischen Zombies. Und auf einmal... Ich mit meiner kleinen Pipipistole schaffe es dann. Lochwerk, chill, 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 chill. Aber wie sieht die Tür so komisch aus, ey? So voll hell. Das ist bei jedem Spiel immer so, dass man was ist. Ja, warum haben die alle so einen komischen zerquetschten Kopf? Was soll das, ey? Hörschot! Was soll, der ist schon tot? Äh, wartet mal. Ich guck mal hier auf die Karte. Ah! Ich hab so viele Karten! War, 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 wartet mal. Wie viele Karten gibt's denn hier, bitte? Oh, ne! Aber die Bar ist jetzt noch gar keine Tür, ne? Hab ich recht, doch jetzt eine. Und die ist locked from the other side. Also von einer Seite verschlossen, für die Leute, die es nicht gemerkt haben. Hier oben ist eine... Noch eine Tür. Also Entschuldigung, wenn ich jetzt ab hier so willkürlich durch die Gegend laufe, aber ich hab keine Ahnung. Ich spiele das Spiel mal wieder... Mal wieder blind. Mal wieder. Mal wieder, mal wieder, mal wieder blind. Was denn hier los? Ah! Plastikpflanzen. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt besser animiert sind oder besser... Ah, jetzt sehen die trotzdem aus wie Plastikpflanzen. Da, die steht im Eventar. Ich use this caution. Okay, jetzt hab ich wieder fallen. Caution heißt Vorsicht. Äh... Okay, gut. Da ist die Tür. Kann man da rein? Oh! Wichser, Alter. Wichser. Boah! Was seid ihr für Typen, Alter? Oh! Leute, hab ich Glück gehabt. Boah! Hab ich mich erschrocken, ey. Kommt da raus, Mann. Boah! Ach nein! Ja, ja. So. Boah! Ey, ist nicht wahr, ey. So, das ist ja auch nichts mehr. Gut. Hallo, ich will dich treffen. Lol. Ey, ich hab mich so erschrocken gerade. Das wird man nicht. Ey, der lebt ja immer noch, Alter. Soll, da kein Blut rausfließt. Dann, unten ist noch einer. Einer, haha. Alter. Bleib liegen. Hörter und fuckabang. In your face, Alter. Hast du das gesehen? Bam, bam. In your face. In your face. Face. Da liegt irgendwas. Will you take lighter oil? Benzin. Okay. Feuerzeugbenzin oder so. Äh, ja, Feuerzeugbenzin heißt das. Ah, ne. Pumpgun. Ich hab auch schon eine. Will you take this shotgun? Ja, Mann. Die benutzt er mich jetzt, weil ich eine schon habe. Hä, hä. Ja, Mann. Ey, du. Ich leih mir mal deine shotgun aus, was? Ich glaub, du brauchst sie nicht mehr. Äh. Öh. Ähm. Ähm. Er kam von Glück reden, dass er gestorben ist, bevor seine Organe, glaube ich, rausgenommen wurden. Oder irgendwie sowas. Äh, gut. Hier oben und unten scheint nichts mehr zu sein. Okay. Äh. Yay, wir haben hier noch eine Plastikpflanze. Plastikpflanze. Wir gehen erstmal, weil nämlich hier ist einer abgehauen. Das habe ich nämlich gesehen. Da muss ich mich direkt mal hinterher. Der ist nämlich hier hinweggelaufen. Habt ihr den nicht gesehen? Doch, ihr habt ihn auch gesehen. Voller Flitzer, so. Das ist wie die Gonzales. So. Mäh, mäh. Der ist direkt weggelaufen, weil ich weiß nicht, was er drin mit den Zombies gemacht hat. Hier ist es windig. Ich hör's. Ey, ich hab keine Ahnung. Ich verlaufe mich hier. Komm her. Komm her. Komm her. Komm. Ja, näher, näher, näher. Bam, Alter. In your face, ey. Nächster, bitte. Da. Du. Bam in your face. Ich verlaufe mich hier wie ein Gangster. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Bam in your face. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Ich hör irgendwas. Ich will ihn abknallen. Wer wird gebissen? Wer wird hier gebissen? Double bam in your face. Naja, doch nicht. Kannst du dich hier hinlegen. Genau. Bam in your face. Du bist auch gleich am Leben. Ich weiß es. Dann erschreckst du mich wieder. Wie viel Schüsse habe ich hier noch dafür. Zwei. Yeah. Ich kann Bam in your face noch zweimal machen. Okay. Ich scheine irgendwie um es verlaufen zu haben. Aber ich gehe einfach mal irgendwelche Türen. It's locked from the other side. Gut, dann gehe ich wieder hoch. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinsehe. The Doys Boutique, äh, Tor zur Boutique ist geschlossen. Der, okay, dann halt nicht. Oder verschlossen. Was ist hier? It's locked from Memphis Solid Gorge. Gott, ich kann auch nicht, wie das ausgesprochen wird. Mit einem komischen Gitter so. Ach nee, die Mittelalter-Tier. Kennen wir die nicht irgendwoher? Lass nicht, wir zwei. Und die hat auch noch genau den gleichen Ton, wie die aufgeht. Hallo. Will mich mit mir, will mit mir kuscheln. Hey, da sind Leute. Hey, das ist ja so aus wie Brad. Hä, ich habe den weggestoßen, wie auch immer. Ah. Das war geplant, natürlich. Ich meine, hallo. Hey, das war ja mal ein Doppel-Headshot hier, ey. Oh, das war geil. Gut. Sag, dass es geil war. Okay, was denn hier? Nix, 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 nix. Und rein. Ey, das ist aus wie Brad, oder nicht? Obwohl wir den in Emerson Level 2 als Zombie getötet haben. Naja, egal. Was ist los? Ah, du hast gewissen, du hast gewissen, du hast gewissen, du hast wieder gewissen. Geht weg! Peng, peng. Ob er es schafft? Ah, lala, lala. Ein Bildspotenzial mit einer Klocktower. Mhm. Followering Explanation imprinted on the back side. Alarmarkspot. Aha, das ist mir doch egal. Ich bin auch noch nicht fertig, ey. Schaffst du es, du schaffst du es! Äh, du bist gut, man. Ich helfe dir doch nicht, deinen Zombies abzuknallen, ey. Ich habe selber genug zu tun. Brad, häng in da. Warum macht sich jemand etwas über das? Ah, das war Umbrella. Frag die. Du musst nur lieben, Jill. Die Polizei sind nicht in dieser Situation, was können sie tun? Hör, er kommt für uns. Wer? Wer wird für uns sterben lassen? Was soll er für eine Nase, ey? Was? Ich werde es sehen? Was denn? Er hat die Stars-Member. Es gibt keinen Entkommen. Er ist hinter der Stars-Member her, also Stars-Mitglieder. Es gibt keinen Entkommen. Äh, Er blinkt was. Ich mag blinkende Sachen. Will you take lighter? Feuerzeug, jawohl. Ein old Pinball-Machine. Flipper! Ne, Pinball spielen. Blin, 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 blin. Highscore. Sie kriegen eine Gratis-Cola. Juhu. Schuhe die mal selber. Oh, eine Kasse. Oh, ich wollte nicht. Das wollte die Kasse ausplündern, ey. Ich meine, hier ist sowieso alles verlassen. Okay, was soll ich mit Geld anfangen, aber... Hallo? Geld ist Geld. Kann man das kombinieren? Lol, es ist Feuerzeug offen. Okay, das Feuerzeug ist offen. Einfach so. Es ist einfach offen. Es ist einfach offen, weil man da jetzt... Jetzt kann man das erst drehen und Feuer anmachen, weil vorher war es zu. Und keiner hat dran gedacht, aha, man kann es ja öffnen. Ne, ne, ne. M-m. Nein. So, ich brauche einen Speicherplatz. Ich will aufwenden für heute. Irgendwie macht das viel Spaß. Ich meine, an Card und auf Englisch. Deshalb kann es nicht sein. Okay, Englisch. Ich mag Englisch, aber... Naja, egal. Ah, Karte, Karte, Karte. Ey, ey, I love you so much. Äh, ey, guck dir schon an, wo ich wohne. Boah, hier. Ne, wo hab ich gestartet wahrscheinlich? Hör an, ob... Boah, 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 äh, ähm, äh. Da war ich nicht drin. Okay, das war die Boutique, die war geschlossen. Hier hab ich den Shotgun geholt. Okay, wenn ich jetzt hier lang gehen würde, war ich schon. Also muss ich nach... Ach nee, hier ist eine Barrikade wahrscheinlich. Wenn ich dann hier rechts rein und dann nach oben, dann bin ich doch hier. Okay, warte mal, machen wir mal direkt. Ey, ich hab's ja nicht übersehen, was... Ach so, du bist ja aufgestanden. Ach nee, das ist doch, äh, da, wo ich grad reingehen. Ich hab' gesagt, der steht irgendwann auf. Was machst du denn da? Naja, der, der guckt die, ähm, Auslagen im, äh, Schaufenster an. So, gehen wir doch mal hier hoch. Boah, ist das geil. Ich muss gar nicht mehr A, äh, X drücken für, ähm, Leitern hochzu... Äh, Dings hochzuziehen. Was ist das dann? Ja, komm, lass mich. Ich will zum roten Ding da. Was ist das denn? Anzünden. Ich brauch nicht, ich brauch das hier, 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 da, da. Ja, ich hab die Dinger gesehen da unten, aber hallo, ich hab... Guckt euch mal die Heilung an. Ich hab hier ein ganzes Set. Und hier noch eine Heilung, also brauch ich das nicht. Äh, das ist ein bisschen einfach hier. Auf einfach. Hahaha. Hahaha. Wer hat den Wort jetzt verstanden? Äh, äh, äh... Er hat wieder ein geiles Fahrrad, nee, das ist grün. Hier ist eine Platte für mich vor. Äh, story, story? Get, es seems that it can't be opened.